Nummer 1, fighting for the glory, never give it up, never give it up, if you're strong enough, you're done. Patty Priese, hat sie sich erneut unters Messer gelegt? Patty Priese, hat sie sich erneut unters Messer gelegt? Patty Priese schockiert ihre Fans mit einem neuen Instagram-Foto. Der Grund, ihre Brüste. Hat sie sich noch einmal unters Messer gelegt? Mit ihrer Oberweite sorgte Patty Priese, 39, Reborn, bereits des Öfteren für Schlagzeilen. Nun sorgt ein neues Instagram-Foto des Fotomodells für Aufregung. Daraus ist sie aus drei verschiedenen Perspektiven zu sehen und präsentiert ihre neuen Extensions, doch die Aufmerksamkeit ihrer Fans erregt etwas anderes. Denn Prieses Brüste wirken auf der Fotokollage überdimensional groß, so dass sich in der Kommentarspalte die Spekulationen über eine weitere Brustvergrößerung beinahe überschlagen. Es wäre insgesamt die neunte Brustoperation, der sich die 39-Jährige unterzogen hätte. Hat sie wieder ihre Brüste machen lassen? Fragt ein Follower beispielsweise entsetzt, während ein anderer feststellt, total unproportional. Diese Brüste sind viel zu groß für deinen dünnen Körper. Sie sehen lächerlich aus. Natürlich waren sie viel schöner. Das Management will von der erneuten Schönheitsoperation nichts wissen. Kathi Priese hat sehr viel trainiert, um gut auszusehen und sich besser zu fühlen. Sie hat einige Pfunde verloren und ihre Masse haben sich reduziert. Ihre Fitness und Kraft haben zugenommen und ihre Arme und Beine sind spürbar straffbar, sagte ein Sprecher dem britischen Portal der Nye. Nacht School im Magaziner Ja! Ja